Mach diese Übung bitte nicht, wenn du Auto fährst oder wenn du einer Tätigkeit nachgehst. Nimm dir jetzt 10 Minuten Zeit für dich, denn das hier ist für dich. Wahrscheinlich kennst du das auch, wenn dein Computer immer langsamer wird, wenn nichts mehr so richtig läuft und du einfach das Gefühl hast, er ist überlastet. In solchen Fällen hilft immer ein Reset, ein runterfahren und dann wieder hochfahren. Und genau das werden wir jetzt auch machen, einen Reset, damit du in 10 Minuten wieder frisch, voller Power und voller Energie sein kannst. Lege dich dafür jetzt einfach mal bequem hin. Vielleicht willst du dir auch ein kleines Kissen unter den Kopf legen. Auch eine Wolldecke ist eine gute Idee. Mach es dir einfach so richtig bequem auf deinem Sofa oder in deinem Bett. Eine Liege tut es natürlich auch. Einfach jetzt mal hinlegen und die Augen schließen. Sehr gut. Wir werden damit beginnen, dass wir als erstes herunterfahren. Das ist Schritt 1 bei einem Reset. Das ganze System einmal runterzufahren. Wir werden es ein paar Augenblicke ruhen lassen. Bevor wir es dann gemeinsam frisch und neu starten werden. Wir beginnen also mit dem Runterfahren. Die Spannung in deinen Augen, die Spannung in deinen Augen einfach mal loszulassen. Und deine Augen noch etwas tiefer zu entspannen. Noch tiefer entspannen. Und alle Spannung loslassen. Auch in den kleinen Muskeln, rund um deine Augen, alle Spannung lösen und runterfahren. Und wahrscheinlich kannst du merken, wie sich deine Augen noch tiefer entspannen können als noch vor zwei Minuten. Das hier ist deine Zeit. Du hast dir diese Pause verdient. Du kannst sie wirklich genießen und auch die Spannung in deiner Kopfhaut loslassen. Deine Kopfhaut entspannen. Alles runterfahren. Alle Gedanken loslassen. Einfach auch das Denken runterfahren. Einfach alles loslassen. Und je mehr du deine Kopfhaut entspannen kannst, umso tiefer entspannen kannst, umso tiefer entspannen auch deine Augen. Und je tiefer deine Augen entspannen, jedes kleine Programm der Spannung beendet, umso tiefer kann deine Kopfhaut entspannen. Tut so gut, wie deine Kiefergelenke zu entspannen und alle Spannung lösen und runterfahren. jeder Muskel in deinen Kiefergelenken kann jetzt noch tiefer entspannen. vollständig runterfahren. Vollständig runterfahren. Immer tiefer entspannen. Alle Spannung gehen lassen. über deine Muskeln ist so angenehm, wie die Entspannung zu spüren, wie alles immer mehr runterfahren kann. jeder Muskel in deinem Kiefergelenk noch tiefer entspannen. alle Spannungsprogramme beenden, alles runterfahren, alles runterfahren, alle Spannung loslassen. auch in deinen Schultern und in deinem Schultern und in deinem Rücken. An all diesen Stellen und auch an den anderen kann sich die Spannung jetzt immer mehr lösen. runterfahren, alles loslassen, alles loslassen, alles loslassen, alle Spannung loslassen, von deinen Augen über deine Kopfhaut, deine Kiefergelenke, Kiefergelenke, deine Schultern, dein Hals, den Rücken hinunter, alles loslassen, alles loslassen und runterfahren, alles lösen, das System herunterfahren, jedes kleine Programm beenden, jede kleine Spannung alles loslassen, alles loslassen, alles loslassen, alles loslassen, alles loslassen. Alles wird runtergefahren. Gleich, nicht sofort, aber gleich, werde ich bis 10 zählen. Und wenn ich bis 10 gezählt habe, hast du einen Neustart gemacht. Dein Blutdruck und dein Puls werden auch für dich optimale Werte steigen. Dabei kannst du die kleinen Spannungsprogramme ruhig vergessen, denn du weißt, du brauchst sie gar nicht. Vielleicht wirst du sogar merken, wie deine Spannungen, wie mit einem großen Schwamm einfach weggewaschen worden sind. Denn du hast einen Reset gemacht. 1, 2, 3, komm langsam zurück ins Jetzt und Hier. 4, 5, 6, dein Puls und dein Blutdruck steigen auf für dich optimale Werte. 7, 8, 9, 10. Dein System ist wieder voll da. Es ist frisch, neu gestartet, leistungsfähig. Und es ist jetzt bereit, noch mehr Liebe und noch mehr Gutes in die Welt zu bringen. Du kannst deine Augen jetzt öffnen. Öffne deine Augen jetzt und streck dich mal so richtig ausgiebig. Einfach mal so richtig ausgiebig strecken und merken, wie gut du dich fühlen kannst. Und jetzt sei wild. Schenke jemandem ein Lächeln und sei glücklich. 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 Vielen Dank.